Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und ich werde heute Abend weitermachen mit der BattleBallers Kampagne drüber auf www.twitch.tv-böser-gummibaum. Wir werden zum neuen anfangen, heute ist Montag, der 10.06. Ähm, Kultistenstars war's, wir sind momentan nicht gerade in der besten Position, in der wir sein könnten. Aber mal schauen, mal schauen, was noch zu retten ist. Äh, ich freu mich, wenn ihr in der Vorbeischaut. Bis dann!